Doch, töten wir ihn, töten wir ihn Diablo ist der Feind, nicht die Nephalem. Klörei, um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Ich werde... Was wirst du? Du wirst jetzt beiseite gehen, damit wir Diablo klappen. Nein, Diablo hat den Bogen erreicht. Das war du hier rumgequatscht. Nein, Diablos Verderbnis greift bereits nach dem Kristallbogen. Deshalb sind die Engel gefallen. Sollte sein Licht für immer erlöschen. Wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. Ich gehe durch nach Diablo. Diablos schändliche Verderbnis versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruin. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. Dann kann man nicht mal so eine Waffe kriegen. Eldruin, was kriege ich? Andere für die Äxte. Toll. So ein Eldruin wäre doch mal schön. Auf geht's. Ah. Das Tor ist geöffnet, Nephalem. Diese letzte Prüfung ist nur für euch bestimmt. Ja, dann. Es war mir eine Ehre. Doch dies ist der Moment eurer Bestimmung. Die Stunde des Sieges der Menschheit. Dann auf geht's. Findet Diablo. Na, bleib du mal da. Ich habe ja nur eine Horde Skilette, die mit mir rumrennt. Oh. Letztliches Viech. Die sieben Übel sind eins in mir. Ich bin Legion. Ja, Legion und gleich Tod ist fast das gleiche. Ich weiß. Lauf mich weg und lass mich gepackt werden. Ich vermöbeld. Ja, nee. Ist klar. Komm. Da wirst du ein Haunt springen. Ist klar. Komm. Da wirst du ein Haunt springen. Nur durch einen Sieg über uns. Wirst du in dein eigenes Reich zurückkehren können. Doch im Nehmend ist jähwals aus den tiefen seiner eigenen Künstler aufgestiegen. Ich habe mein Skilette dabei. Hm, da war doch irgendwas. Na, irgendwas, wenn man den Schatten flogen hittet, konnte ich gar nicht erschießen. Allein von Toten ist aber egal. Egal. Das kann man sich immer noch holen. Ja, das kann man ja mehrmals machen. Was? Komm. Ja. Blablabla. Nein. Dieses erbarmliche Licht muss aufgelöscht werden. Mhm. Alles, was du jemals kanntest. Alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, Nefalem. Nein, heute stirbst du. Das habe ich dir schon 30 Mal gesagt. Ich bin auf die Rücke auf Diablo gebaut. Und komm. Das war's. Das war's. Das war's. Dann hast du irgendwas vernünftiges fallen? Nein, da geht es hier rum. Das war's.